Let's go! Hast du eine Frau? Ja! Moin Leute, vor so ziemlich genau einer Woche, um genau zu sein, vor sechs Tagen sind wir nach Mannheim gefahren und haben unser neues Tesla Model Y Long Range abgeholt beziehungsweise das meiner Frau und heute sind wir schon wieder auf dem Weg nach Mannheim aber nicht etwa weil der Tesla so viele Mängel hätte, sondern weil ich eine Probefahrt mache mit dem Model Y Performance das komische ist, als das Model Y damals auf den Markt gekommen ist, konnte ich mich mit der Optik überhaupt nicht anfreunden man kann sogar sagen, dass ich ihn fast schon hässlich fand und zwar egal ob ich ihn jetzt auf Videos oder auf Bildern gesehen habe und selbst wenn ich ihn auf der Straße gesehen habe oder wenn ein Model Y auch am Supercharger stand, während ich geladen habe selbst dann fand ich ihn alles andere als schön dann wollten wir schon mal eine Probefahrt machen, sind auch zum Service Center gefahren das hat damals leider nicht geklappt aber wir haben uns dort vor Ort umgesehen, standen ja ein paar Stück draußen und irgendwie fand ich ihn da schon gar nicht mehr so übel und wie gesagt, fast vor einer Woche haben wir dann das Model Y für meine Frau abgeholt das Video zur Abholung verlinke ich euch mal auf jeden Fall stand das Y ja jetzt ein paar Tage bei uns zu Hause beziehungsweise wir haben den jetzt schon seit ein paar Tagen und ich muss sagen, dass er mir von Tag zu Tag mehr gefällt und freust du dich auf die Probefahrt? ich freue mich auf die Probefahrt es sind jetzt noch 18 Minuten bis wir da sind und um ehrlich zu sein, bin ich mehr aufgeregt als beides ich freue mich und ich bin aufgeregt auf jeden Fall, ich habe ja das Model 3 Performance jetzt überlegen wir oder ich dieses Fahrzeug eventuell zu verkaufen oder bei Tesla wieder in Zahlung zu geben und mir ein Model Y in der Performance Variante zu bestellen allerdings habe ich auch noch ein paar Bedenken oder vor allem ein Hauptbedenken und zwar habe ich Angst, dass mir einfach der Punch den ich im Moment habe mit dem Model 3 Performance der ja von 0 auf 100 in 3,3, 3,4 Sekunden schafft zumindest auf dem Papier dass mich der Y in der Hinsicht vielleicht auf Dauer nicht glücklich machen könnte aber beurteilen kann ich das halt erst, wenn ich selbst mal gefahren habe und deswegen geht es jetzt nach Mannheim und wie fühlt es sich an? fühlt sich bis jetzt gut an im Grunde ist es ähnlich wie wenn ich in meinem sitze aber man sitzt hier deutlich deutlich höher was mir eben sofort aufgefallen ist die Sitze sind bequemer als in meinem vier Jahre alten Model 3 man hat hier mehr Gegendruck am Sitz das ist einfach härter gepolstert und ich denke für lange Fahrten ist das bestimmt angenehmer wir sind jetzt ungefähr seit 25 Minuten mit dem Auto unterwegs und ich wiederhole mich nochmal also ich finde ihn mittlerweile wirklich optisch richtig geil und er fährt sich auch wirklich sportlich dafür dass es ja eher ein SUV ist was für mich jetzt noch wichtig ist und das habe ich jetzt noch nicht getestet und zwar wie er sich von der Beschleunigung von 0 auf 100 verhält und deswegen machen wir jetzt einfach mal den Test so ich habe hier jetzt eine Stelle gefunden wir machen jetzt mal den ultimativen Beschleunigungstest und von dem Test mache ich abhängig ob ich eben auf dieses Fahrzeug umsteige oder eben nicht und los geht's also gefühlt war es den gleichen Beschleunigungstest werde ich nachher nochmal mit meinem Model 3 machen damit man das direkt miteinander vergleichen kann und da bin ich mal gespannt wie viel das ist unterm Strich dann wirklich ausmachen wird also ich habe jetzt keinen Unterschied zu meinem Tesla Model 3 Performance spüren können der schiebt schon gut weil man sich ja immer und immer wieder anhören muss dass die Verarbeitungsqualität bei Tesla so schlecht wäre wir haben uns jetzt dieses Auto mal ein bisschen näher angeguckt und ich muss sagen die Verarbeitungsqualität ist gut im Vergleich zu meinem Model 3 sitzt man hier halt deutlich höher das hat zur Folge dass es sich weniger sportlich anfühlt mit ein Grund mich für dieses Model Y Performance zu entscheiden ist auch dass hier in den neuen Fahrzeugen doch Dinge gibt die meine halt eben nicht hat wie zum Beispiel diese Boombox oder die elektrische Kofferraumklappe was mir dafür aber wieder etwas weniger gut gefällt ist dass Tesla dieses Dashboard hier vorne dieses mit der Holzimitation an der Seite an der Tür rum gezogen hat ich finde das ist eher so eine Sache die hätte man lassen können wie sie war wobei das am Ende natürlich wieder wie so vieles Geschmackssache ist was man als riesen Pluspunkt bezeichnen kann beim Y du hast da wirklich unfassbar viel Stauraum in diesem Fahrzeug ich zeige euch nachher mal wie das in meinem Model 3 aussieht und der Unterschied ist halt echt schon massiv zum Vergleich hier die Kofferraumöffnung vom Model 3 und hier hat man halt das Problem diese Öffnung hat gerade mal 46 cm das heißt wenn du einen Karton oder sonst irgendwas Sperriges transportieren willst was höher als 46 cm ist dann kriegst du das hier unmöglich rein ok Schatzi bestellst du dir das Auto? das ist echt eine schwere Entscheidung ich meine ich liebe ja auch mein Model 3 und habe es ja jetzt auch schon seit 4 Jahren ich muss mir da jetzt echt Gedanken machen mal gucken was kriege ich noch für mein Auto aber ich denke es wird auf eine Bestellung rauslaufen ja das gibt Punkte eine Sache die mich nicht ganz so begeistert ist das Fahrwerk hier drin aber das ist ja ein bekanntes und oft angesprochenes Problem ich muss aber dazu sagen fairerweise dass ich auch mit dem Fahrwerk in meinem Tesla nicht so zufrieden bin wenn man es sportlicher haben möchte besteht natürlich die Möglichkeit ein Fahrwerk nachzurüsten ein sportlicheres Fahrwerk oder eben die Option Federn womit er dann je nach Hersteller nochmal 2-3 cm tiefer kommt was für die Optik mit Sicherheit auch von Vorteil wäre also ich bin echt begeistert von dem Auto ich bin so begeistert dass ich ihn am liebsten gar nicht zurückbringen würde jetzt habe ich die maximale Geschwindigkeit überschritten weil der ist limitiert hier auf 137 kmh auch ein Thema was auch für mich wichtig war er kann die 250 kmh Endgeschwindigkeit die habe ich ja bei mir auch und auf die möchte ich eigentlich auch nicht verzichten so abschließender Test ich mache jetzt hier auch nochmal mit dem Model 3 den Beschleunigungstest von 0 auf 100 meine Frau hat wieder wie man sieht hinten Platz genommen weil die das ganze filmen muss ich komme mal zum Fazit vor 5 Minuten hätte ich gesagt ich bin mir eigentlich schon sicher dass ich das Y bestellen werde nach dem Beschleunigungstest eben bin ich schon wieder nachdenklich ich glaube der hat doch deutlich mehr Druck von 0 auf 100 als der Y bei der Probefahrt ich habe eine Idee schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare soll ich mir ein Model Y kaufen oder soll ich das ältere Model 3 Performance behalten die Kommentare die überwiegen das werde ich machen für mich war es spannend das Model Y mal fahren zu können beziehungsweise einfach mal ein anderes Elektroauto was auch viel Leistung hat ich hoffe das Video hat euch gefallen falls ja gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke damit ihr auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst ich wünsche euch noch einen schönen Tag allzeit einen vollgeladenen Akku machts gut bleibt gesund bis zum nächsten Mal eins ich schreien es schreien die Böden ein